Gut, wir machen jetzt weiter mit toller Musik. Dass die 90er wieder sowas von im Trend sind, das beweisen nämlich meine nächsten Gäste. Nach fast 10-jähriger Schaffenspause haben sie sich ins Tonstudio begeben oder haben sich im Tonstudio getroffen. Die wollten einfach wieder Musik machen, haben ein Album aufgenommen, das heißt 5, 5, 5. Das bedeutet 5 neue Songs, 5 Cover-Versionen und 5 ihrer Hits aus den 90ern. Wenn du nicht aufhörst zu lachen, Holger, rede ich noch ganz lange und dann wird die Kamera immer schwerer. Immer schwerer. Okay, darunter ist auch der Hit, der 1996 26 Wochen in den deutschen Charts war und der in wirklich vielen, vielen Ländern Gold bekommen hat. Neverending Dream und When Do I Get Here in Originalbesetzung. Experience. I'm waiting for the night drifting away, on the waves of my dreams to another day. I'm standing on a hill beyond the clouds, the wind's going still catching my doubts. I'm waiting for the night drifting away, on the waves of my dreams to another day. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020